Hallo und herzlich willkommen zu Sky Factory 3. Oh, je? Was machst denn du da? Machst du gerade der Wolke einen Heiratsantrag? Ich guck die Wolke an. Hallo Wolke. Mit deinem Kugel-Ein. Wow, Alter. Guck mal, Hützchen. Alter, wenn ich mich direkt vor die Wolke stelle, da kann ich aber... Alter. Jetzt sehe ich mich richtig groß. Achso, au, jawohl, stimmt. Guck mal. Da sieht man die Googles auch schön hüpfen. Geil. Ja, schön. Oh, Zuckerrohr. Zuckerrohr. Einer. Meiner. Ja. Ich kannte ja, ich kannte ja, ich kannte ja. Ich könnte dir. Damit es schneller geht. Damit du irgendwann... ...richtig geil... ...Zuckerrohr farmen kannst. Nur mal für die Bücherregale, ne? Ja, aber es ist so. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Oder spare mit der Zeit. Ich weiß nicht. 3, 3, 4. Kannst du mal sehen. Ich hab keine. Also... Solltet ihr nicht eigentlich... Ach ja, genau. Warte mal. Das da wollte ich, ne? Ne. Doch. Das da will ich nämlich haben. Da bräuchte ich das Lehmhuhn noch für Sand und Schneeball, war das? Sand und Schneeball. Oh. Äh. Was? Das macht sie doch mal... ...weg hier. Die stehen hier doch sowieso scheiße. Die wachsen bestimmt auf Sand viel besser. Ich kenn das eigentlich auch nur so, dass die auf Sand überhaupt wachsen. Ich dachte auch immer, dass hier Sand stand. Es geht vor allen Dingen darum, dass die am Wasser sind. Wachse. Ähm. Kann man die vielleicht dünn? Ich bin mir gerade... ...nicht ganz sicher. Ach, damit? Okay. Ja. Obwohl, da steht ja gar nichts, ne? Ne. Ne. Passiert nix. Ich kriege keine grünen. Ne. Doch, interessiert die nicht. Aber die brauchen bestimmt Sonnen. Das heißt, du solltest schlafen gehen. Guck mal, wie schnell ich den in den Depot verkriege. Schön. Finde ich gut. Oh, weiß nicht, ob mir gerade einfällt. Ich, äh... So, die... ...ohne wir uns erstmal und jetzt... ...die Samen. Ähm. Das geht bis hier hin. Das war Kupfer. Die kommt weg, die kommt weg. Achso. Kupfer, Kupfer, Kupfer. So. Dass wir hier auf jeden Fall mehr Kupfer haben. Und der ist schon wieder alle, oder was? Ich weiß nicht, ob der jetzt funktioniert. Obwohl der burnt, ...hab ich das Gefühl, der funktioniert nicht, weil... ...zu wenig Energie ankommt. Das ist so scheiße, ne? Dann will ich den jetzt erstmal... ...schön laden lassen. Guck mal, ich hab dir was gemacht. So. Ja. Ein Expresso. Oh, da wird man schneller von. Für drei Sekunden. Ist ja der Hammer. Für fucking drei Sekunden. Ist doch aber trotzdem... ...nach getaner Arbeit... ...ein leckeren Expresso. Erstmal, ne? Alles begutachten. Alles schön heißen hier, ne? Kann man hier auch was anderes reintun zum Düngen? Das wäre eigentlich, äh... ...der geht wahrscheinlich nur Bone Meal, ne? Oh, guck mal. Ich hab noch mehr von diesen Dingern. Können wir direkt wegpacken. Solarzellen wären geil. Ja, vielleicht kann man das ja mit diesen, ähm... ...platinen, die wir da von... ...den Würfe da rausbekommen haben, rausbasteln. Keine Ahnung. Oder weißt du, wie das geht? Ja. Ich weiß, wie Solarzellen gehen. Aber sind jetzt halt, äh... ...nicht die billigsten, ne? Aber ich... ...glaube ich muss mal gleich, äh... ...n bisschen Solarzellen spielen. So, ich trau mich jetzt einfach mal... Ähm, okay. Also, ja, das kriegen wir ja alles hin, grundsätzlich. Ich guck mal, ob der Geist da noch ist. Jetzt setz ich den wieder drauf. Wieso habe ich hier jetzt gerade ein Zombie-Geräusch? Keine Ahnung, wo bist du denn? Ich gehe jetzt gerade noch mal in Sneta. Um, ob da... ...da weg ist, da viel. Also, wie war das? Wir brauchen dafür... ...auf jeden Fall Gold, Redstone und, äh... Ich weiß auch nicht. Was machen wir hier? Das ist Loon! Ach! Darf ich schon mal? Dankeschön, dankeschön. Darf ich mal? Du bist doch ein normales Huhn, ne? Du bist ein scheiß... ...und, du bist ein... Bist du sicher? Mach das Huhn jetzt nicht tot, wenn das nicht, äh... Das ist normal. Das kann ich ja gerne mitnehmen. Ich nehme nicht mal mit. Hm. Oder? So, ja, ne? Oder? Schon ein bisschen. Hat er die Kiste hier hinten? Die ist auch ziemlich voll. Vor allem haben wir Gunpowder. Weiß ich nicht, ey. Bis zum Abwinken. Sollte mir vielleicht nächstes Mal ein paar Steine mitnehmen? Oh, das brennen wir jetzt erstmal. Ich glaube, davon brauchen wir sowieso ein paar. Kann sogar sein, dass wir davon... ...irgendwo schon was haben, ne? Was wir alles haben. Kommt das vom Patrick hier, der Scheiß? Hier, da ist dein Huhn. Das ist voll so ein... ...stinknormales Chicken, hä? Ja. Au! Entschuldigung, ich wusste nicht, dass ich dich mitreffe. Guck mal her, ich zeig dir was. Ich wollte dir jetzt Hähnchen machen. Ich wollte dir jetzt Hähnchen machen. Außerdem, ich hab ein besseres Schwert, ja? Und ich hab bessere Rüstung. Ja. So viel Ahnung, wie du von Minecraft hast, hab ich dich da sofort platt gemacht. Jetzt hab ich sogar Dirt Seeds über. Wie mach ich denn? Wie, wie, wie... Ich pack das Hähnchen einfach hier in die Lava. Weil die halt hier am Rand alle nicht funktionieren. Schade, schade. Oh, dann wird er sich aufregen. Entlädt sich. Oh, da bist du ja. Ein leitendes Eisen. Rein mit dir da, aber wir haben keine Samen. Wo finde ich denn die Samen? Das ist doch bestimmt schon mal welche hier irgendwo eingesammelt, ne? Ach, das geht auch. Na, dann... Eigentlich gib mal 24. Wie viele Enderperlen haben wir so? Ach. Hier sind nur 14 drin. In einem großen... Was? Nur? Nein. Echt? Ah, ist schon besser. Ach. Na toll. Alter, hier sind 20 Blöcke Eisen drin. Soll ich jetzt hier Eisen schmelzen bis zum Abwinken? Ich will das... Ich will das da nicht reinlegen. Ich glaub, das verbindet sich nachher. Was ist, brauchst du Weizen? Nö, ich brauch Samen. Bist du froh, dass ich dir ein Feld gemacht hab? Ja. Aber wo tue ich denn jetzt das Weizen hin? Na, da kann ich da hinten bei den Hühnern tun, ne? Oder hast du das schon irgendwo bestimmt abgelegt? Hm. Ich hab das bei dir in die Kiste gepackt, alles hinten. Das ist auch nicht so viel. Die haben bestimmt wieder da hinten Fleisch drin. Da könnte ich schon mal... ...die Erde-Position anheizen. Das ist alles. Die Ventis sind doch alle an. Warum werden die nicht da reingeblasen? Ist das ein Problem, weil da am Rand die Sticks sind? Kann das sein? Muss ich die wegmachen? Ich, äh, weiß nicht, weil ich nicht weiß, was du gerade meinst. Ach. Mit dir rede ich doch gar nicht. Ups. Das war so nicht geplant. So, diesmal nehme ich mir Steine mit. Ach Quatsch, er geht doch so. Mein Gott. So, ich gehe da nochmal runter. Ich könnte mir eigentlich auch so ein Stäbchen eigentlich mitnehmen. Ein Stäbchen. Guck mal, wie viel Erde wir haben, Alter. Ja, reicht. Noch nicht ganz, ne? Nicht für das, was wir vorhaben. Reicht, glaube ich, dafür nicht mal ansatzweise. Achso, neuer. 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 Wie viel ist... Ach Gott, ist da noch viel drin? Wir müssen mal gucken, ob in diesem anderen Smelter auch, äh, gleiche Menge an Eisen rauskommt. Ich habe hier gerade Kabelprobleme. Deshalb entstehen möglicherweise komische Geräusche. Entschuldigung. Mein Gott, was ist hier los? Wo hängt denn das? So. Das Gute war, das Eisen konnte in der Zeit abkühlen. Oh. Ich hätte mir mehr Steine mitnehmen sollen. Wolltest du nicht wieder ins Neter gehen? Ich bin im Neter. Oh, das war eben so schön, was du alles erzählt hast, als du im Neter warst. Ich hätte mir viel mehr Steine mitnehmen sollen. Ich dussel. Na! Du scheiß Vieh. Entschuldigung. Aber er ist wieder da. Was? Wollt gerade... Ja, ich wollte gerade wieder zurück. Der greift da mich an. Der Geist. Hast du noch keinen Bogen? Nein. Wieso? Ich brauche immer noch Weizen. Zuckerrohr. Zuckerrohr. Ich bin die Bücherregale. Ich gucke mal, ob da was gewachsen ist. Ja, eins ist gewachsen. Zwei sind gewachsen. Ah, das wird noch ein bisschen dauern. Wichtig ist jetzt... Wichtig ist jetzt... Die nicht nutzen, sondern weiter ausbauen. Ja. Dann wird's auch gehen. Und das lohnt sich einfach bisher noch nicht dafür, dann ins Neter zu gehen und da zu bauen, wenn ich mich da nicht verteidigen kann. Ich frage mich gerade, ob da tatsächlich so effektiv ist, diese Maschine. Vielleicht sollte man die nur hin und wieder einfach anschmeißen, um zu fahren oder so. Weil dafür wachsen die einfach zu langsam. Du verheizt hier die Kohle ohne Ende und das passiert nichts. Also dafür ist das einfach zu wenig. Dafür wachsen die zu langsam. Wenn du jetzt Energie im Überfluss hast oder mit Solarzellen, okay, dann ist es wurscht. Aber so ist es assi. Apropos, weitermachen. Ein bisschen gucken, wo wir jetzt sind. Okay, noch zwei. Jetzt sehe ich die Dinger auch schon da. Hinten machen können. Ah, na toll. Achso, da liegt ja nur eine von rein. Ja, gut. Achso, du warst einfach besser. Weißt? 3-3-3-3 genau. Und du warst scheiße. Das Gute an dem Ofen hier ist natürlich, dass er billiger ist als der da hinten. Oh, ich hab nix verstanden, was? Das heißt, das Gute an dem Ofen hier ist, dass er billiger ist als der da hinten. Der da hinten braucht Strom. Den kann ich umsonst betreiben hier. Boah, schon vier leiten das Eisen. Oder laufen die Dinger da hinten auch mit Lava. Das wäre natürlich auch gut. Ach, was ist denn jetzt wieder los mit Discord, ey? Wieso, bin ich wieder am Haken? Ja, extrem sogar. Zwei Blocks. Okay. Wieso ist jetzt eigentlich nur dieses Zeug da drin? Das wundert mich gerade ein bisschen. Das waren doch jetzt 24 Barren und 24 Perlen. Oder habe ich da was falsch verstanden? Ein Barren, eine Perle. Wort. Ah, okay. Molten energetik erläuen. Molten vibrant erläuen. Mal warten. Ich würde das jetzt gerne sehen. Habe ich noch Tee? Oh ja. Ah, das braucht so einen Moment, bis sich das vermischt. Okay. Das hat aber das Richtige, ne? Ja. Äh, zwei Blöcke. Ach, ich traue mich mal. Mach ihn fertig. Den kriegst du auch mit normalen Bogen platt. Ja, ich habe mir jetzt extra einen Bogen gemacht. Weil meiner ist schon fast kaputt. So. Nice. Das heißt, da brauchen wir noch zwei von diesen Basic-Dingern und einen Daylight-Sensor. Braucht natürlich ein netter Quarz, ne? Wovon wir jetzt nicht die Schuld haben. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Drei Stück. Drei Zellen. Die bringen ja nur zehn, glaube ich. Boah, wie viel muss ich denn dann von diesen Teilen machen? Ach du Scheiße, ey. Sechs. Bisschen Rotstein. Drei Stück. Drei Stück. Boah, wie lange brauchen das? Kommt da jeweils zwei raus? So viel habe ich doch gar nicht gemacht davon. Ach, da, jetzt, weil da noch welche drin waren. Brauchen echt lange. Wieso macht der denn nur einen? Ne, drei. Quatsch. Wir haben echt viele Charts jetzt. Eigentlich könnte man fast damit aufhören, diese Charts zu machen. Lassen wir jetzt noch laufen und dann hören wir erst mal auf mit dem Scheiß hier. Boah, für die Armee. Oh, du Scheißvieh, wo bist du? Eine Hühnerarmee, oder? Warum würdest du denn jetzt hier? Nein, äh, Schweinedinger hier. Schweinedinger, die machen doch gar nichts. Nee, die nicht, aber der Geist. Braucht doch gar nicht so viel Glas. Oh, hi. 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 Das sind schon so viele, die fallen einfach runter. Die können hier gar nicht mehr stehen. Ja, Gold. Da war ich schon mal. Da war es auch so Google Eis. Da war ich schon mal. Sechs. Ja, ist ja richtig. Nein. Das ist nicht dein Ernst. Wie, wie, wie? Wie stelle ich den Scheiß wieder her? Boah, sind das viele, ey. Noch ein Huhn, aber es ist wieder ein normales. Warum? Leck mich doch fett, ey. Crushed Quarz. Wuckrig. Verdammt. Ich habe meine eigene Armee. Grunzen zwar, aber... läuft. Soulcent. Wie, wie, wie groß ist die Chance? Ah, die ist bestimmt größer dann. Hm. Wo war denn jetzt... Wo war denn jetzt... Soulcent. Crushed Netherrack. Ach, das war hier, ne? 33. Uh, ein Zuckerrohr. Ja, auf jeden Fall mit Dias Sand habe ich. Das ist jetzt wieder eine Aufgabe für einen, der verdammt Mutter erschlagen hat, ey. Ach, die Sterne brauche ich eigentlich nicht. Ich bin die Eimer immer noch bei. Ich bin so eine Schlampe, ehrlich. Wie kann ich Wasser da rauspumpen? Die Frage aller Fragen. Lass jetzt auf. Hier ist Soulcent drin. Wo? Ähm. Hier in dieser Truhe. Drei Stücke war nur. Tatsache. Ich komme sonst nicht an Quarz und ich brauche echt Quarz. Das ist ein Trick. Jetzt den Sand weggelegt. Oh, komm. Das will. Oh, das sollte ich natürlich dann auch rausnehmen. Ich brauche noch zwei von diesen Dingern. Oh, Gott. Zwei habe ich gesagt. Oh, das weiß ich nicht. Was steht jetzt? Oh, ich sage, ich hab nur einen Bart. Oh, das ist jetzt. Oh, das ist ja so. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Oh, ich sage, ich habe einen Helfer. Naja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Was war eigentlich mit diesem Crushed Netherrack? Kobalt, okay, Endstone haben wir ja nun mal nicht, oh, eine Gast? Tier, also Träne, weiß nicht, was man damit noch so anstellen kann. Das ist auch wieder das gleiche. Black, schwarzer Quarz. Wofür kann man die Federn eigentlich gebrauchen? Äh, Pfeile machen. Wow. Was ist das für Zeug? Wo wächst denn das denn? 22, das ist jetzt natürlich auch wieder nicht die Welt, ne? Ähm, das muss aber bestimmt in Alloy. Macht der das jetzt? 12 Sand reichen noch. Oh. Oh. So. Jetzt war ich aber vertieft. Mit der Scheiße von den Hühnern. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Oh. Okay. Ja. Dann. Ja. Würde ich sagen. Tschüss. Oh, jetzt ist er traurig. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Däumchen hoch, wäre schön. Ja. Abonniere mich auch ganz gerne. Also so ab und zu. Weil es eigentlich, ne. Könnte man. Ja. Ja. Machen. Auf jeden Fall bis dahin. Tschüss. Tschüss.